Roulette Kessel Gucken 12.05.2019 Tagesgewinn, 3000 Euro Quantenmechanik Stringtheorie Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube, heute ist Sonntag der 12. Mai 2019 und wir bzw. unsere Spieler steht heute im Spielcasino von Aachen am dortigen Spieltisch Nummer 4 und die Quantenmechanik und Stricktheorie hat errechnet, dass wir um 16.30 Uhr, also um 16.30 Uhr, 5 mal auf Rot setzen sollen, weil dann 5 mal hintereinander Rot kommt. Wir spielen mit 1000 der Euro-Stücken und wir haben jetzt 16.30 Uhr und wir fangen jetzt quasi mit dem Setzen an, wir setzen 5 mal hintereinander auf Rot und hoffe, dass die Quantenmechanik recht hat mit der Vorausberechnung, dass jetzt 5 mal hintereinander Rot kommt. Nun sind 20 Minuten vergangen und der Spieler ist zurück mit etwas betrüblicher Minne, wir haben zwar gewonnen aber auch verloren. Es hat ein Handwechsel gegeben um 16.30 Uhr und dann ist als erste Zahl die Schwarz, also den Set 35 gefallen und wir haben den ersten gesetzten Korps verloren. Dann haben wir wieder auf Rot gesetzt und Rot ist gekommen mit der Zahl Nummer 14. Wir haben wieder zum dritten Mal hintereinander auf Rot gesetzt und es ist ebenfalls eine rote Zahl die 12 gekommen. Dann haben wir zum vierten Mal auf Rot gesetzt und es ist die Roulette Set 5 gekommen. Und dann haben wir unseren fünften Satz gemacht, ebenfalls auf Rot und die 19 ist gekommen. Wir haben also unsere fünf Korps gesetzt immer auf Rot, leider den ersten Q verloren, da eine schwarze Zahl gekommen ist. Aber vier Korps haben wir gewonnen und somit trotz Verlust 3000 Euro Gewinn gemacht. Nun gut, die Quantenmechanik kann eben nicht alles vorausberechnet, man muss eben immer mal mit einem Korps als Verlustkorps rechnen, aber trotzdem 3000 Euro Gewinn am heutigen Sonntag ist ja auch nicht so schlecht.